Kennt ihr knast.net? Das ist der Online-Hotelführer für Gefangene aus der ganzen Republik. Hier können Angehörige, Bedienstete und ehemalige Gefangene ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Gefängnissen teilen und bewerten. Ganz klassisch nach dem Sterne-Prinzip. Ob das Essen schmeckte, die Zelle zu klein oder der Zugang zu Drogen vorhanden war, auf knast.net gibt es die besten Infos für den nächsten Aufenthalt hinter Gittern. Wir suchten die ungewöhnlichsten Kommentare und zeigten sie Passanten in unserer Knastkritik, gelesen von Freien Hamburgern. Bis zum nächsten Mal.